Mein Name ist Vanessa Imbeck. Mein Name ist Jutta Eckert. Mein Name ist Corinna Bünning. Ich bin Anka Prindus. Mein Name ist Martin Spitzka. Ich bin Merlina. Ich bin Nadine Junke. Ich übernehme die Reinigung, Wartung und Reparatur unserer Spritzgusswerkzeuge. Ja, das ist eine sehr umfangreiche und abwechslungsreiche Arbeit, die mir auch viel Spaß macht. Ich bin Merlina. Ich habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen und arbeite jetzt als Sachbearbeiterin in der Personalentwicklung. Ich werde in die Schulungsplanung eingearbeitet, in das Azubi-Marketing. Seit elf Jahren kümmere ich mich mit meinem Team um die Hellermann-Tayton Academy. Und unsere Aufgabe ist es, das Wissensmanagement hier im Unternehmen Hellermann-Tayton voranzubringen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass insbesondere das Wissen um unsere Produkte, Märkte und Industrien, also die vertrieblich ausgerichteten Themen, hier im Hause gut geschult sind, alle ein gutes Wissen haben, sowohl für unsere Kolleginnen und Kollegen als auch für unsere Kunden. Also als Teamleitung bin ich für den Produktbereich Cable Tights & Fixings zuständig. Das sind Kabelbündelungen und Befestigungssysteme, der größte Produktbereich bei Hellermann-Tayton, wofür Hellermann-Tayton auch bekannt geworden ist. Und als Teamleitung beschäftige ich mich primär mit der Entwicklung des Teams, mit der Entwicklung und Strategie der Produktgruppe. Ich kümmere mich vom Versand, von Montagevorrichtungen bis hin zur Arbeitsvorbereitung und Konstruktion um fast alle. Meine täglichen Aufgaben. Also ich bin hauptsächlich für das Tagesgeschäft halt zuständig, dass meine Mitarbeiter halt zu mir kommen können mit allen Problemen, die sie haben im Bereich Kunden. Natürlich auch mit privaten Problemen und so weiter und so fort. Man ist irgendwie auch gleichzeitig ein Seelsorger oder halt einfach nur, man braucht ein bisschen Unterstützung. Dafür bin ich auf jeden Fall immer da. Und ja, unter anderem habe ich halt auch noch Aufgaben wie den SAP-Bereich bei mir. Da konnte ich mir halt über die Jahre auch viel aneignen. Das bringt mir auch super viel Spaß. Ich bin zuständig für sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meinem Team, koordiniere sämtliche Projekte drumherum. Wir sind verantwortlich für Messen, wir sind verantwortlich für alle Druckmaterialien, Social-Media-Kanäle, Google-Ads etc. Und das ist mein täglicher Job, da alles zu koordinieren, zu steuern und das Team vorwärts zu bringen.